Ich denke, die Kals sind gegen uns konspieren. Dann geht's hier rund. Okay. Und jetzt 2, okay. Hier sind jetzt 8. Sag ich nicht, das reicht perfekt. Das ist ja jetzt richtig lustig. Alter, wie geil! Nur weil das Ding noch dazwischen ist. Wie geil, das reicht perfekt. Dankeschön, Clemens. Der Henry ist jetzt ein bisschen arbeitslos. Oh, nur ein bisschen. Wir brauchen unbedingt ein größeres Feld. Der Henry ist jetzt arbeitslos. Ist auch nicht schön. Ja, Mann, naja. Glas. Okay. Ja, stimmt, brauchte er ja auch. Dann kredenzen wir dem guten Herrn doch mal Glas. Ja, wir brauchen echt so eine Sandstelle. La, la, la. Oder haben wir noch Glas? Wir müssen noch Glas haben. So viel hat er ja nicht verschwendet und wir haben ziemlich viel gefarmt. Also geht so. Nicht so richtig richtig viel, aber so ein bisschen viel. Ach, perfekt. Alter, wie viel Sand wir einfach haben. Ach, wir haben doch... Ach, bin ich dumm. Wir haben in der Wüste gegraben, ne? Und ich grabe extra Sand. Sauer noch. Ich wünsch dir wieder ne Stelle, wo man Sand graben kann. Muss. Ja, wad nu. Eichenholzbretter? Ja, kann ich dir machen. Hier. Wenn du dir nicht selber grafen kannst, kannst alles grafen. Weißt du, warum nicht Eichenholzbretter? Das geht ja relativ flott hier. Hä, warum leuchtet das? Hä, war das keine Wolle? Ist das ein Glowstone? Ich will den nicht zerschlagen. Ist das ein Glowstone? Weiß gar nicht. Ich guck mal ganz kurz rum in den Shader. Das kann ich jetzt auch nicht erkennen. Ach, nee. Das ist kein Glowstone. Warte mal ganz kurz. Wo sind wir jetzt die Stiefel? Aber wie schön das hier aussieht, ohne Shader. Und ohne Texturen. Hat eigentlich echt Stil, aber... Nee. Lieber mit... So sieht es auch schon ganz nahes aus. Aber... Wir wollen es ja perfekt. Mit dem Copcon Texturen Paket 1.8. Ja, das funktioniert auch in der 1.64. So. Tja, das sind diese extra Steine, die hinzugefügt werden. Habe ich vorhin mit Zeus gespielt. Ah, okay. Das erklärt so einiges. Sieht aber irgendwie besser aus. So, was brauchst du jetzt? Achso. Du hast Pause. Okay. Äh, ich mein Feierabend Pause. Du hast nur Nachtpause. Du hast nur Nachtpause. So, ich hab mal ganz kurz die Gelegenheit genutzt, sich mal kurz was zu trinken. Zu trinken und mein, äh, mein Haus auszubauen, wollte ich sagen. Mich auszuhusten. Äh, ne. Deiner? Also, ich hab im April. Ey, sieht schön aus. Kommt auch noch ein Bett rein und so. Ne. Okay. Ja, cool. Hast du gut gemacht, Clarence. Jetzt darf auch die neue Person da einziehen. Wenn sie denn möchte. So, dann kann man das hier jetzt sagen. Ja, kann man auch abbauen. Zack. Ja, das sieht auch schön aus eigentlich. Komm, wir bauen noch eins. Okay, da wohnt er auch schon direkt da. Das geht aber richtig. Nein. Wir weg. Crazy Typ. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, jetzt bauen wir hier das nächste Haus. Was? Nightshade McBurb. Ich will unseren neuen Bewohner sehen. Bewohnerin. Die ist ja auch grün. Wie krank. Hallo Nightshade McBurb. Troll. Hörst du zu schielen? Hier. Die ist bestimmt so ein Strandgirl. Roll. Ne, ne, ne. Äh, Clarence. Ich habe Besuch für dich. Das ist doch... Gut, ja doch. So, und jetzt bauen wir noch hier, genau hier. Hier. Steht jetzt drauf. Ah, nein. Muss mal ab, zack. Da muss jetzt... ...der Block wieder hin. Denn, hier möchte ich auch ein Haus bauen, dass ich... Wir bauen ja richtig viele Häuser hier. Weil ich nur daran, dass ich so geldgeil bin. Simu Craft Building Constructor aktiviert. Warte, hier sind alle arbeitslos. Naja, der, äh... Clarence, der macht das hier. Der hat das schon drauf. Der ist hier der perfekte Builder. Ich dachte schon, der baut hier ab. Das ist nur noch sein Name. Okay. Ich hoffe, der baut das so richtig hinter links. Zack, zack, zack. Okay, was bauen wir denn jetzt? Noch was kleines wieder? Small Brick House? Nee. Small House B hatten wir noch nicht. Small House B. Das ist wahrscheinlich auch so wie das. Und geht relativ schnell. Von dannen. Ja, wir haben jetzt vier Leute. Cool. Oh, das geht richtig. Gute Miete. Oh, nein. Falt. 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 Okay, dann habe ich das hier doch richtig gesetzt. Ja, stimmt. Man muss immer von hier gucken. Richtung... Süden nach links. Richtung Norden baut der immer nach rechts. Okay, muss ich mir merken. Kann ich mir eh nicht merken. Oh, da ist die Axt kaputt. Das zerspringt mir doch klar. Die Axt. So. Rein mit dem Zeug. Block, Block, Block. Jetzt bar eine Axt. Nein, nicht dass da irgendwelche Komplikationen auftreten. Bloop, Block. Ja, Block, Block. Block, 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 Block. So erstmal eine Steinachst, weil Eisen da sind wir noch ein bisschen knapp mit. Ja bla 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 bla. Okay das geht gar nicht. Und zwar eine Steinachst. Okay das geht komplett kaputt. Ist auch glaub ich besser so. Jetzt hätten wir irgendwie so einen unnötigen Block, den wir gar nicht brauchen. So. War will ich nur haben, danke schön Okay, dann komm mal her, Clarence So schnell wie die Leute kommen und seitdem Lorenzo tot ist, da Da geht aber alles drunter und drüber Muss man die Namen auch alle merken Ja, Clarence, du darfst Okay, baut doch immer eine Richtung, in die die Kiste steht Muss ich mir auch merken Also, Rücken der Kiste glaube ich, dass das so ist Weil es ja quasi im Prinzip dasselbe wie hier Nur hier hat er dahin gebaut und jetzt baut er dahin Ja, perfekt Oder eins, zwei, drei Und hier passt es auch Das sollte dann auch relativ vonstatten gehen Und da bekommen wir gleich richtig gut Miete Ich würde sagen, dann fangen wir schon mal an Hier ein größeres Feld für die Harry zu besorgen So, ich weiß nicht ganz Vielleicht bauen wir da auch einen Zaun drum Ne Wir versuchen das erstmal mit den Markern Oh, Eichenholzblätter Da müssen wir ganz kurz einen Baum fällen Einen Moment Die Lieferung ist unterwegs Zack, zack, zack So, 26 sollten reichen Ach, ich hatte da, egal Egal, 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 egal Wir beginnen jetzt hiermit Hiermit So, eins, zwei, drei Ne, hier macht er auch Zwei, drei, vier Oh, das ist grad Ich muss hier ja gar nicht konzentrieren Okay, Clarence ist fertig Zwei, drei, vier, fünf Ne, ne, ach Crazy It's very crazy Ich glaube, die Clarence sind gegen uns Hallo Na, wie geht's dir? Herzlich willkommen in SimCity Hier bist du genau richtig aufgehoben Du bist aber erstmal, äh Ohne Hausbleiben Immer diese jungen Jungen Menschen Mit 18 kommen sie alle hier hin Schon von zu Hause ausgebrochen Dann geht's hier rund Okay Halt, stopp Damit es sich auch hier lohnt Ich drück's hier hin Dann kramen wir das hier zu Sonst kollidiert's noch Okay Wir machen eine Weizenfarben So, Wasser hält, glaube ich, alle vier Blöcke Also, eins, zwei, drei Vier Eins, zwei, drei, vier Und jetzt muss hier noch einer hin Oh, das wird richtig gut Das wird richtig gut Das wird richtig gut Eins, zwei, drei, vier Eins, zwei, drei, vier Und hier, und hier noch ein Perfekt Perfekt, 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 perfekt So, dann muss ich ganz schnell hier, ähm Wasser setzen Damit die Felder da nicht kaputt gehen Weil die haben wir ja schon Und jedes Feld kostet uns SimCredits Wir könnten die Felder jetzt auch selber graben Mache ich, glaube ich sogar Damit schreien wir uns nämlich richtig Geld Jetzt ist ja alles richtig hier, ja Zack Zack Ja, blablabla Es wird schon wieder Nacht Gleich bekommen wir unsere erste Gigantische Miete Ausgezahlt Da freue ich mich ja schon drauf Also es sollte unsere Geldprobleme jetzt erstmal so ein bisschen Ja, dämmen Würde ich sagen Zack Okay, jetzt baue ich Na, ich gehe eher schlafen Erstmal mache ich, ja, Alter, wie klein ist das denn? Okay, das ist, glaube ich, das kleinste Haus, das man bauen kann Sorry, Nigel McBurb Du wohnst ja schon hier, habe ich gar nicht mitgekriegt Movie into Small House B Ach ja, doch, doch, habe ich mitgekriegt Aber hab's vergessen Ja, Bubbles, Bulbers, sorry Ich hätte es lieber gehabt, dass die gegenüber wohnen, aber Ja, egal Die ziehen bestimmt immer zusammen Vielleicht auch nicht, wer weiß Um die Liebe kümmer ich mich nicht Ich kümmere mich nur um das Geld Das will ich jetzt von euch Joa, 3,62 Geht ja noch Ich habe mir jetzt zwar ein bisschen mehr auf, aber okay Wie? Bis zum nächsten Mal.